Wo sammeln Sie Kraft für neue Ideen? Dort, wo Sie sich fallen lassen können. In einem Lebensraum, in dem Sie sich wohlfühlen. Glaswohnen in Neuried-Ichenheim schafft solche Räume für Sie. Kreative Wintergärten und Glasanbauten. Glaswohnen.de passt an jedes Haus. Entdecke atemberaubende Attraktionen und fantastische Wintershows im magischen Winterwunderland im Europa-Park. Erlebe die exklusive Otto Walkes-Ausstellung und den Traum vom Fliegen im neuen Voletarium. Buche jetzt deinen Winterzauber im besten Freizeitpark der Welt. Europa-Park. Zeit. Gemeinsam. Erleben. Lass mich raten. Du bist nicht zufällig hier. Du suchst einen Sprecher. Natürlich nicht irgendeinen. Denn genauer gesagt, du suchst die Stimme für euer Unternehmen, euer Produkt, eure Botschaft. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dafür Sorge zu tragen, dass das, was ihr zu sagen habt, verlustfrei, authentisch, glaubhaft und zielgruppengerecht bei euren Kunden ankommt. Mit einem offenen Ohr für eure Anforderungen und Wünsche finden wir die ideale Stimme für eure Botschaft. Denn was ihr zu sagen habt, ist uns wichtig. Mir im Übrigen auch. Denn ich bin der Sprecher. Eure Nachricht sicher von A nach B zu bringen, ist mein Job. Und mit ein klein wenig Glück hat meine Stimme dich soeben überzeugt. Ich bin der Sprecher. Vielen Dank.